. Oha! Der war nicht! Tor! War nicht drin! War Tor! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Feuerkickbox. Wir sind in Bremen, die WM-Rücknäher. Wir haben einen dänischen Nationalspieler am Start. Thomas Delaney, servus. Das erste Video kam schon bei den Freekickers. Lukas ist nämlich auch dabei. Jetzt das zweite Video hier bei uns. Wir machen die Esel-Freistoß-Challenge. Esel. Wir dürfen die Mauer verstellen. Und der andere muss dann von der Position aus schließen. Und die Mauer steht natürlich im Weg. Wer das erste Mal viermal nicht trifft, der ist der Esel, der hat verloren sozusagen. Wer fängt an? Ihr. Hier oder du? Ihr. Ist alles zu? Voll Gas! Voll Gas! Ja! Das ist zu einfach. Im Winkel? Ja, lange. Ja. Mach doch! Ja, ja. Ja, Mann, Junge! Er ist jetzt komplett außer Gefecht. Der kann nicht. Durch die Beine sogar, hey! Stell hin, wie du möchtest. Das sind zwei Mann Mauer nur. Ja! Ja! Der macht ganz gediegen. Winkelschuss, warm, abgelutzt. Ich kenn ihn schon. Wow, wow, wow! Schön! Bruder, wann soll ich da hin? Der Nächsten! Merkt das, merkt das! Ich lass uns schnell! Was hast du? Fabi, mach's nach. Ich geb dir Essen aus. Ich schieß dir wieder durch die Beine. Ja! Schatz! Super, Junge! Ganz am Essen! Auch gut! Das ist echt scheiße für mich. Lukas muss treffen, sonst ist es vorbei. Nein, nein, nein! Das ist so schwer! Wir haben noch keine Zuschauer auf. Der war nicht! Jawohl, der war nicht! Der war nicht! Tor! War nicht drin! Ey, warte, war Tor! Okay, auf und 10. Okay, ja! Jeder hat jetzt I, S, I! Wer jetzt nicht trifft hat, hat verloren. Und wer trifft hat, hat gewonnen. Wenn einer trifft! Genau. Torwart, bitte! Fokussieren! Ja, Junge! Lukas ist raus! Oh! Den holt er noch. Er war stark geschossen. Kann er den halten? War er wieder schlecht? Ja, das war okay. Du darfst anfangen. Motivation, ja. Er braucht die Motivation. Nee. Versuch vier. Okay, nee, der war zu kurz. Ein Chip ist schwer. Oh, nee, 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 nee. Das wird Lob wieder. Mach den Lob. Nummer sechs. Oh, ich war sicher. Der sah eng aus. Oh, Mann. Nein. Neunzigste Minute. Okay, letzter Versuch. Wer im Finale? Ich hast es. Oh! Das war der erste, der mit null Lob probiert hat. Wenn der rein wäre, passt er. Alles gut. Ja. Thomas, bist du mit deiner Leistung zufrieden heute? Eigentlich ja. Ich hatte ein gutes Tor. Eure Aufgabe ist jetzt, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und auf Instagram vorbeischauen. Die Kickbox, da gibt es so ein bisschen Backstage-Informationen. Wie heißt du bei Instagram? Thomas der Link. Ganz einfach. Einfach vorbeischauen. Danke auch an Lukas und an Karol. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ich hatte auch ein schönes Tor, das wurde ganz gesagt.